ich fang direkt auf dem frost an wahrscheinlich die capen unten zapp cap rip nice die können doch cancel eine reine auf jeden fall silenzel die hoch einer geht hoch doch doch geht auch kippen jetzt sagt man die kommen ich sehe vier eine rente in deiner richtung glaube ich aber die abheißen nein ich kann einen netten counterattack setzen wenn wir da kommen einer ist oben okay wieder unten auf einmal sind net ja auf einmal auf einmal komm 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 zappi komm zappi ich bin gekommen zappi ich bin gekommen zu 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 ich zu euro noch Ich hab den Tank Root, oder nicht? Ich hab den Heiler nicht getroffen, weil der so behindert auf der Rampe stand, dass mein Schar immer im Kreis rechts und links um ihn rumgelaufen ist Immer sind Lex schuld, wenn man verliert Naja, wir hatten das auch schon Naja, Rubber Bandit bei mir war auch Ja, aber die haben uns halt vorher schon getrasht, was mit Schar ist Ja, ich hab den PC ausmacht Jetzt komm mal runter, Kipo Terror wird wohl zerstört, nice In Zorn we trust Das ist Wahnsinn Können wir auch mal Pierce? Wir müssen den Tank weitermachen Gib mal einen Slow für die rein Ich steckne, ich steckne Nekris, oh der steht da einfach nur rum Raus, lass es rausgehen, also nicht nicht, ich push mich Jetzt Psyko Psyko, Psyko hart, Kombo, Kombo, Kombo Komm nicht ran, nicht mal geroutet worden Baller auf Nekris, baller doch hier rum Ja, macht Nekris hin Ja, lass oben jetzt alle auf Nekris turn Unter PS3 Fuck Nekris turn Lass nicht hoch ein Nicht zu lieb, lass halten Wir kriegen das Wahre gerade, boys Das war so viel gewaßt Ich verspott, ich verspott Die stecken aber alle krass Mo 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 Mo, go for Mo, go for Mo Der Reflected Weiter, weiter Mo, weiter Mo Okay Nila, mag ich beim Treffen, Nila Pass auf, der Frostkast ist halt voll durch, Bader Die sind alle mega locked Nila, Nila Fertin Scheiße Alter, wo ist der? Ich treffe ihn nicht Als ob der nicht stirbt Ich bin 100 Jahre gesilenced, Mann Egal, nichts zu lieb Egal, wir haben die Fight trotzdem noch salve gewonnen Alter Sorry, Luxy Ich hab's mir die ganze Zeit gedacht Und dann bin ich einen Schritt zurück Und hab andere gehofft Alles gut Cappen, 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 cappen Ich cappe Ich komm nach Süden Ich hab, ich hab Part verkackt hier Sowas ärgerlich richtig Ne, wir waren eben Krass unkoordiniert Und dann waren die Spikes in alle Richtungen Ja, ja, aber wir hatten sie dann wieder Wir haben sie wieder auf Linie geschafft Und äh Ich hab die ganze Zeit gewartet Und ich wollt die halt overcommitten lassen Und dich dann einmal mit Protections Actualize hoch Aber dann sind die halt wieder runter von dir Und dann bin ich ne Sekunde weg Cleric, ähm, Mage sind jetzt, gell? Auf dem Hammer Musst hier ein bisschen aufpassen, Schwede Die war noch nicht hart auf mich, Schwede Der, das Schwert hat mich noch Ja, du warst allgemein los Du warst allgemein los Das Schwert hat mich grad nur einmal komplett Naja, der Tank ist aber richtiger Brot Der spielt aber an Limburgs Cape Das ist LARPS Krippo Ja Ja, aber vielleicht wenn man einen Tank spielt Ja, lass ihn doch Krippo Ein Rush Bombs, Jungs Mein Slow kommt auf die Milis Ich hab die Kriss gerade Ich hab die Kriss gerade Krieg den Marmapiers drauf Ich bin ein langes Island Ich bin ein langes Island Ich bin ein langes Island Ja, die Kriss da Ich hab den Riesenkontrieren gezogen Ich bin nach dem Frost Frost ist Island Ich hab den Job gemischt Hinten die Clates Lass nicht zu deep Der Trinity Der Trinity Der Trinity ئ komm auf die Milis Geht da drauf Geht da drauf Geht da drauf Lass den Healer 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 Hab nix ab Hab nix ab Es type LARPS Komme an den Tank ist da noch ran Ich komm nicht hinterher Fass, was? Ich komm doch nicht hinterher, Jungs. Hade. Ich krieg ja noch. Los, 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 los. Wusste ich nicht, dass der da lang geht. Alter, ich verkack meine Jumps gerade herber. Oh, das ist vielleicht nicht meins. Unser Team im Lockjam hat gegen ERA gewonnen by the way! glaube ich. Nice. Geil. Wollen die denn jetzt mal dick ne Counter drücken am besten? Alle unten? Also lass mal das hier vielleicht spielen. Aber lass doch die ein bisschen mehr kommen. Beim nächsten Mal bitte Jungs. Wir haben ja vielleicht zu früh... Der Frost bleibt ja mal im Shook stehen und kann von da aus casten. Ja, der Frost ist echt das Problem bei den Draht. Also unser Problem für unten. Geht so. Wir machen's halt nicht gut. Der castelt viel durch. Der Negris zieht richtig early seine Jacket und stickt immer auch von dir. Also im Moment wenn ich hier ein bisschen fucke, können wir da auch einfach purge und killen. Die anderen Ding ist raus. Lass den Ring ein Dart wahr. Okay, Larves ist da und ist drinne reingeb. Hier? Ich bin komplett... Die gehen wahrscheinlich auf mich. Die gehen wahrscheinlich auf mich. Alles gut. Heela ist purge. Was? 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 Ich hab lag. Mein Game ist, glaub ich, gecrashed. Ja. Ja. Woll. Backed Jungs. Alter, lag des Todes. Nice. Geht raus. Geht not. Geht not. Nee, wir lassen es weiten. Wir weiten es. Stun kommt jetzt rein. Ich hab alles gepierst. Lay. Ich hab Perman 3. Der Blink. Das war nicht da. Ich ball auf Negris drauf. Ich komm jetzt wieder. Komm rum rum rum. Ich hab Kotrin. Ja, ich überleb das hier Schwede. Kümmer dich um Z. Frost, 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 Frost. Ich bin Silent Set. Ich bin Silent Set. Du musst gehen, mach was. Ah, fack. Dann wieder da. Z. Krippe. Der ist Frost, der Frost. Ja. Negris kommt. Negris kommt von hinten. Frost ist kaputt. Tieler Silenced. Tieler Silenced. Tieler Silenced. Tieler Silenced. Fast down. Halt hoch. Halt hoch. Schwert von denen. Perman. Perman 3 Sekunden. Stun. Stun auf Schwer. Stun auf Sears. Perman auf Negris. Red Guard ist raus. Red Guard ist raus. Die looten hier. Looten schon die ganze Zeit. Healer Tunnel hat kein Sprint mehr. Ich hab Stun. Wenn ich auch was hab für den Healer. Kriegen wir noch irgendwas? Ne. Ich hab noch mal ge... Ich hab noch eins da noch. Ne. Passt nicht mehr. Passt nicht mehr. Jetzt ist es ab. Die machen ja immer meinen ganzen Platz und nicht damit, dass die in Lockjump gewonnen haben, die Idioten. Wow.